Heute zu Gast ist Nationalratsabgeordneter und Präsident des Bauernbundes, Georg Strasser. Schön, dass du da bist heute. Ich habe vorbereitet ein kleines Rollenspiel für dir. Es sind momentan spannende Zeiten weltweit und auch in Österreich. Lieber Georg, was würdest du tun, wenn du jetzt Landwirt bist? Und du bist ja auch einer. Danke, Andi. Servus. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Landwirt. Ich habe eine Landwirtschaft, die ist in der durchschnittlichen Größe eines österreichischen gemischten Betriebes im südlichen Waldviertel Nöchling. Wenn ich jetzt so ein bisschen in die Agrarszene weltweit schaue, beziehungsweise den Fokus richt auf unsere Region, das Most- und Waldviertel, dann sehe ich folgende Entwicklung. Das eine ist, durch diese ganzen Krisen, die wir jetzt gerade durchleben, Corona angefangen, aber jetzt ist da die Ukraine-Krise, wird, glaube ich, die Rolle der Land- und Forstwirtschaft gestärkt. Weil wir wissen, es ist gut, dass die Rohstoffe aus dem eigenen Land kommen. Weil wir wissen, dass es gut ist, dass die Lebensmittel aus dem eigenen Land kommen. Aber durch diese dramatischen Kostensteigerungen, die es gibt, kommen wir Bäumen und Bauern natürlich ins Schwitzen. Und bis es sozusagen da wieder ein neues Gleichgewicht eingependelt hat, der Wertschätzung und auch der Wertschöpfung vor Ort, werden wir schon noch die eine oder andere Herausforderung durchleben müssen. Was wird es dann? Was ist der wichtigste Tipp aus deiner Sicht mit deinem Wissen? Ja, ganz wichtig ist, dass man bei Investitionen sozusagen am Boden bleibt. Dass man weiß, dass man gut abschätzt das Geschäftsmodell, in das man investiert. Und dass man auch die Investitionssumme nach dem richtet, weil große investieren und dann in eine Preiskrise kommen, das kann für einen landwirtschaftlichen Betrieb wirklich zum Ruin führen. Und das Zweite ist, einfach dorthin schauen, wo man die Märkte hingehen sieht. Und das ist nach wie vor die Qualitätsproduktion auf der einen Seite der österreichische Weg, aber, ein großes Aber, durch die ganze Kostensteigerung auch im Regal, haben wir derzeit den Befund, dass diese Qualitätsprodukte preislich unter Druck geraten werden. Und aus dem Grund wird Qualität immer eine Rolle spielen, aber in der agrarischen Diskussion, auch hin zu den Konsumenten, wird die Selbstversorgung mit österreichischen, mit europäischen Produkten immer, immer wichtiger. Jetzt setzen wir einen anderen Hut auf. Du bist dafür mit Unternehmern unterwegs. Welchen Tipp würdest du einem Unternehmer in der jetzigen schwierigen oder unvorhersehbaren Zeit geben? Ja, auch die Unternehmer, Unternehmerinnen, Landschaft durchlebt natürlich fordernde Zeiten, zum einen die große Herausforderung der fehlenden Facharbeiter, Facharbeiterinnen. Und da ist der erste Tipp, aber das war auch schon vor den Krisen so, man muss sich auf die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen und auch auf die persönliche Bindung. Die Unternehmen, die sozusagen ein gutes Mitarbeitermanagement haben, die werden auch in Zukunft eine stabile Mannschaft, über eine stabile Mannschaft verfügen. Und das andere ist, genauso wie in der Landwirtschaft, der Blick auf die Märkte. Wo liegen die Stärken des Unternehmens, welche Produkte oder Dienstleistungen sind das? Und wo sieht man einfach die Nachfrage sich hin entwickeln? Und da ist es auch ähnlich wie in der Landwirtschaft hin zu einer stärkeren Bindung zu einer regionalen Produktion. Das gut ist, dass man den Installatär kennt, den man dann letztendlich die Pelletsheizung ankauft und auch der Zug hin zur Qualitätsproduktion. Also der Ramsch, den wirst du auch in Zukunft auf den Hut stecken können. Es ist wichtig, dass man in Summe auf Qualitätsproduktion setzt. Und das waren so meine Aspekte für die Unternehmern. Also die Mitarbeiter wären ein wertvolles Gut oder sind jetzt schon ein wertvolles Gut, als Sicht des Mitarbeiters. Nächster Hut. Was hält das da für einen Tipp für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin? In der gesellschaftlichen, aber auch in der politischen Diskussion haben wir uns irgendwie so angewähnt, diese verschiedenen Hütten verschieden zu definieren. Ich bin da einfach ein wenig anders sozialisiert. Ich habe schon relativ viele Arbeitswelten und auch sozial einige Situationen durchleben dürfen. Und für mich gehört ein Unternehmen einfach zusammen. Das sind auf der einen Seite die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Unternehmensführung. Und aus dem Grund sind es dort ähnliche Aspekte. Ein Mitarbeiter muss ich sagen, wenn es einmal irgendwo einen Hänger gibt im Lebenslauf. Unbedingt, wenn es halbwegs geht, die eine oder andere Fortbildung machen. Erstens. Zweitens. Lebenslanges Lernen. Es schadet nicht immer wieder berufsbegleitend Seminare zu machen. Davon profitiert die Person, die quasi sich weiterbildet. Weil einfach nicht nur die Skills besser werden, sondern einfach auch die Freiheit und der Sinn an der Arbeit. Und es profitiert natürlich auch das Unternehmen im Sinne von höcheren Output. Und höcheren Output heißt nicht immer mehr hacken, sondern kann einfach auch Effizienzsteigerung bedeuten. Und damit auch, wenn man die Effizienz steigert, sozusagen weniger Arbeitskraft in einem höcheren Output, kann das auch bedeuten, dass man die Lebensqualität steigert. Und da führe ich wieder die beiden Welten zusammen, die Unternehmer und die Mitarbeiter, in Summe spielen einfach auch die sozialen Faktoren immer mehr Rolle, weil die Welt ist beliebig geworden und man kann sich auch aufgrund von unserem sehr ausgeprägten Sozialstaat den einen oder anderen sozusagen Hänger leisten, unter Anführungszeichen. Und das ist auch gut so. Aber viel wichtiger ist, die Menschen in den Unternehmen zu halten und da ist das Wichtigste, dass sie sich wohlfühlen. Und an dem müssen Unternehmen arbeiten. Und da gehört die Führung dazu, genauso wie die Mitarbeiter. Spannende Ansichten. Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Was wirst du persönlich ändern oder du bei dir verändern in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendeinen Punkt? Von meiner Seite ist es so, dass sie die zwei Jahre Corona das viele Homeoffice so ausgewirkt haben, dass ich auf der einen Seite weniger Wegstrecken hinter mich bringen musste. Das hat weniger Dieselöl gebraucht und auch weniger Arbeitszeit. Und dass ich die Zeit auch nutzen habe können für die Arbeit daheim. Wir haben da gescheite Leute in den letzten zwei Jahren mit der Hand durchforstet. Ich habe auch wieder bei der einen oder anderen Erntetätigkeit wieder mitmachen dürfen. Dürfen können, weil einfach die Zeitfenster dazu da waren. Und ich möchte einfach schauen in den nächsten Jahren zu meinem Job als Politiker im Bund, aber auch in dem Fall im Bezirk Mölk, als Bezirksparteiobmann, dass ich auch meine Funktion daheim als Familienvater und auch als Bauer wieder intensiver leben kann. Weil das war durchaus ein Gewinn an Lebensqualität in den letzten zwei Jahren. Und irgendwie möchte ich schauen, dass ich das auch halten kann. Lieber Georg, herzlichen Dank für den Einblick und danke für den Besuch bei uns bei GemeindeTV. Sehr gerne.